Willkommen zurück zu Star Citizen Random Stuff, Niko ist vor mir. Hiiii. Ich hab mich reingecrasht. Oh fuck. Ich flieg weg. Ich flieg weg. Ah, war die falsche Tasse. So. So. Jetzt schießen. Ich überliebe mal, ähm, Leute, Niko ist ein Pirat, der letzte Folge leider geworden, weil er mein Schiff eingestiegen ist und wir waren nicht in der Gruppe. Und dadurch ist er an eine Piratenbasis gespawnt und ich halt in der, ähm, in Port Orleanser. Ja. Also ich konnte uns gerade gegenseitig begegnen, weil er wurde bei mir aufgeschossen, ich wurde bei ihm aufgeschossen. Also haben wir uns gerade bei... Moment, haben wir uns getroffen? Er hat das komische Ding hier. Ähm, Shipping... Ähm, komm. Siehst du da nicht, komm. Ich kann echt nicht, warte mal. Ähm, ja, hier, Kofflet, Shippinghub auf jeden Fall. Komplex, ja. Deswegen ist halt stillgelegt die Station. Da ist man später mal ein bisschen Story gemacht. So eine kleine Mini-Story hier drin. Bisher, ähm, muss man da rein. Niko macht keinen Scheiß und fängt mir nicht so dicht auf. Mann ey. Okay. So. Und ich dachte mal, wir können eigentlich ja noch die Piratenbasis erforschen und, und, und. Aber! Ich meine, wir können auch ein bisschen Action machen, ne? Zur Abwechslung. Erkunden können wir ja immer. Und deswegen werden wir ja diese Folge mal eine kleine Mission machen. Drücken wir auf 1D, bitte. Am besten stehend. Okay. Und dann gehen wir auf die Missionen drauf. Bin ich zufälligerweise schon. Ich bin noch eins zurück. Ähm. Das ist große Mission. Ja, ja. Und ich würde sagen, wir machen heute mal ein paar Repair Arrays. Das sind halt so ein paar, ähm, Überwachungsfunktürme, wie kann man das denn nennen? Überwachungsanlagen, die halt aussehen. Du musst halt einschalten. Mhm. Und, ähm, ja. Das Problem ist, die werden auch von Piraten überwacht. Das heißt, es wird ein bisschen Action geben. Und ich würde sagen, wir machen die 625. Okay. Können wir machen. In den gelben Punkt rein klicken. Damit's ausgewählt ist. Mhm. So, F1 aufmachen. Und jetzt wird's angezeigt. Trichst du auf Link. Dort müssen wir rein. Und vorher alle Piraten töten. Und ich würde sagen, wir fliegen gleichzeitig rein, oder? Ja. Hier schon mal auswählen. Ähm, okay. Bist du bereit? Ja. Wir werden so sterben. Drei, zwei, eins, go! Hoffentlich crashen wir nicht ineinander. So. Ja. Das wäre so ein Mega-Fail-Wort. Ineinander crashen. Nee. Wäre lustig. So, du da. Ich bin auch da. Bist du das oder du bist Piraten? Müsst' ich da. Warte kurz. Hast du das gehört, die Piraten? Nein, hab ich nicht gehört. Ich schon. Ich muss i drücken, ne? i zum Auswählen. Das sind zwei Piraten beim Pferder. Sind wir im richtigen überhaupt? 625, ne? Ich sehe keine Piraten. i drücken. Gibt's nicht. Drück mal B, ob du mal berücksichtigen bist. B, 625, muss ich da stehen. Ähm. Komm. Allway, 625. Ja. Da kann ich jetzt aber erst hinfliegen. Da facken. Wo bin ich denn jetzt hin geflogen? Bin ich dorthin? Genau. Ich muss jetzt Piraten bekämpfen. Das ist ein bisschen schwieriger, Leute. Ich bin immer besser. Ich hab's lange nicht mehr gemacht. Ah, da bist du. Ah, ja, Piraten. Stimmt. Hab' ich! Hui! Alter war mega knapp. Wir sind effer näher ran. Oho, 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 oho. Ich bin auch gerade. Ich bin dort gerammt. Ich bin dort gerammt. Ich bin dort gerammt. Oho, what the heck. Ich komme schon auf dieses Kampfsystem. klar am flüssen überarbeitet aussieht das ist auf mich aber ich hatte das abschaffen und gerammt wo ist der ich möchte mit dem kind abschließen hat durch die richtigen raketen ab aber fast hätten uns berührt kann ich sein wie geht denn das noch mal jetzt bitte bitte warum trifft ihr nicht getroffen drängen aber vielleicht noch die drücken für gegner anzeigen wir haben keine anderen gegner haben zwei piraten ok meistens mehrere pro spieler eines zwei stück aber anscheinend gehabt es ist vielleicht auch wenn du mich für piraten da sind das war schon easy irgendwie gerade ja nicht ging ich das noch fliegen ist gerade sehr schnell unterwegs ja aber die entfernung nicht persönlich ich habe auch dagegen geflogen auch so was von ich aber auch alter klatscht ich auch ist auch ich auch okay man darf halt nicht unterscheiden die geschwindigkeiten hier in sc ist also das schon warum zum eingang das war das nicht jetzt direkt einfach aus wartet auf mich ist es zu schreien ja wo ist der eingang hier wo ich bin raumschiff aber alles gut alles gut man schuft gerade ab ich hoffe ich bekomme das wieder mir auch gerade egal fliegt ganz schön schnell hier rum oder ich eigentlich nicht ich denke ich habe mich gerade aus ich hoffe nicht eigentlich fliege ich 0,1 ich bewege mich echt gerade schnell ach da bist du ah ok irgendwie also es ist die erzeugung ich wollte nicht aber ich habe ein batman flugzeug raumschiff wo ich gerade eingestiegen bin scheiße moment ich wollte eigentlich nicht pennen gehen das ist gerade sehr ungünstig ähm ich wollte eigentlich hier raus ich wollte wieder einfahren wie kann ich das bett wieder einfahren hier ähm hier ist raus genau so gut ich bin tot was ja ich bin aus dem raumschiff raus anscheinend war das auch so schnell dass es mich gerade mitgerissen hat von der schnellkraft her doch die gewahrt auf bin ich komme gerade hingeflogen so sieht man aber wie man stirbt ähm ja anscheinend hätte ich vorher anhalten müssen ich bin ewigkeiten geflogen das war damals anders ups was piraten easy besiegt aus dem raumschiff aufsteigen tot das schaffe ich natürlich nicht passiert egal ihr fliegt das nochmal hin das Problem ist habe ich auch noch ein raumschiff da meinte er da rumflattert dann musst du es abholen hatte ich auch wenn wieder ja aber dann schon was hochgegangen meins ist nicht hochgegangen äh das ist ein unterschied es könnte eigentlich nicht reinkommen als mal ein piraten spawnen das ist ein paar rote punkte ja nicht nicht viele zwei stück oder so kleine lassen eingang was könnte das sein keine ahnung warte kurz ich bin gleich da ich starte gerade mein raumschiff ausgestürzt aussteigen gestorben bester tod ever so geht's na komm gut 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 launch complete landing gear raised scan initiated der rot oder ob es ist rot ok das anders herum fliegen wieso steht der public enemy ja das ist ja ganz hat schon da keine ahnung warum das irgendein vielleicht in der wettbewerb ja schon keine ahnung ich habe es noch nie gehabt vielleicht gehen wir mal mal gleich gucken oder alles bei covena glaube ich also bei fordoliva covena security sind hier gerade ganz ganz viele ich gehe ja schon äh welches noch mal du bist du ablenkt hinten ich komme ich bin gar nicht hier so ich bin in 1 und jetzt go also ich bin mal für drei sekunden nicht da mhm so ich bin da bitte keine piraten spawnen das wäre sehr schön stop piraten gespielt ich mache es nicht contact scan initiated contact aber ich habe ein bisschen action mhm oder ich sterbe jetzt noch mal ja auch dann das wäre sehr übel oh der schießt doch nicht ok der vorne noch gut geschossen hui ich habe glaube ich getroffen mit uns auch da ach da ja ne warte ich bin es weggegangen ich habe immer ein missile die gewisse wegbekommen mit alt erst dann einfach aus bewegen ganz weit irgendwie bisschen rumprobieren ausgestiegen das habe ich vorhin schon mal leute wo ich schon probiert hatten ich weiß nicht gerade so eine panik gehabt und einfach mal alles gut habe einfach die scheiße rakete auf mich zukommt ich mich richtig abwählen können weil ich erinnert hat wird schon raumschule starten wäre sehr praktisch sind zwei piraten direkt um mich drumherum also das ist etwas hochgegangen glaube ich jetzt muss eine blaue explosion also gerade mit dem ok wie schon zu dir ich hoffe zumindest dann weg können abladen warum das war leicht verpackt egal passiert da muss ich gegen keine kämpfen so geht es da rein ich bin unterwegs ich will es nicht zu schnell ran halten scan initiiert kontakt abkommt piraten da sind sie wieder so ach ja super Du hast schon Schaden bekommen, ich zähle das. Nicht unmächtig werden. Sieht mir gerade, wenn der Bildschirm so rot wird, wird mir nicht fast unmächtig. Ich wollte gerade eine Rakete abwehren. Ich habe keine Ahnung, wie man die Flares wirft. Das wäre eben so einfach. Das hat die Range-Waffe, was ich gerade habe. Und ich da weit schießen können. Allerdings treffe ich die nicht. Ich treffe mich. Das ist echt treffend. Komm schon! Er trägt mich nicht, Sirf. Ich wird näher ran. Ich verstehe wie der Front-Waffe drauf. Moment, bitte. Du machst das schon. Ich mach das schon, korrekt. Es ist schlimm, wenn ich den berührt habe. So, ist das ganz heftig? Nö, habe ich auch schon geschafft. Da! Flugzeug unter die Kontrolle bringen! Also! Da, die Steuerung! Der hat einfach eine scheisse Rakete geschaffen, der Wichser. Viel an! Schießen! Hoffentlich nicht keiner abbekommen. Oh, Alter, bin ich schwer! Junge! Ich komme gerade nicht drauf, klar! Ich gehe gerade so viele Raketen durch die Gegend. Aber einer davon ist mir. Die andere soll den! Mami! Wenn ich gleich draufgehe, ist das kein Wunder. Oh, ist doch ein Pech und sterben, wenn ich aussteige. Das ist ja absurd gar nichts. Geht drauf an! Einer hat doch schon noch eine Rakete, oder? Hab ich. Oh, Alter! Junge! Mein Bitch muss so... Achieved Missile locken! Dieser Wichser, warum bewegt der dich überhaupt? Achieved Missile locken! Ach, bitte! Natürlich nicht! Ich hab nur schon getroffen, der kann alles das Leben haben! Komm! Ach, schon, er wird, dass das Ziel bei S-Ziele so schwer ist. Der ist tot, der ist tot. Jawohl! Wuh! Nice! Ähm, meiste, ganz kurz mal Gas geben. Also, ganz, ganz, ganz kurz Gas geben. So, wo wirst du da oben? Da hast du immer noch eine Rakete, der Marschall, die Kappa gemütlich, mit 50... Irgendwas kam H zu dir. Ist jetzt hochgehe. Alter, haltisch. Ja, ja, ist gut. Schnell, raus, 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 raus. Da kommt nicht scheiß, meister. Also, es setzt mir an. Aber es sind noch nicht zwei Feuer, war nur einer. Eine war noch nicht zwei, aber eigentlich muss noch alles gut sein. Weil ich gleich hochgehe, bevor ich auch gestiegen bin, dann raste ich ein bisschen raus. Ja, ich bin unter der Bels. Unter der verkackten Bels bin ich gerade, ich komme zu hochgeflogen. Mit einem Raumanzug. Ich traue mich nicht mehr zu fliegen dahin. Ich will sich jetzt einmal lebend ankommen. Ich bin gleich in deinem Raumschiff. Was, bei meinem Raumschiff? Okay. Ich sehe es. Ja, das ist es. Dann fliege ich da auch immer hin. Oh, Mann, ey. Was für eine Jagd. Aber das war ein bisschen spannender, gerade mit den Piraten. Auch wenn ich mehr rumgenugt habe, aber ich meine, ich habe zuletzt vor wie vielen Monaten mal gekämpft, noch mit der Altssteuerung vor allem. Hi, Nico. Ich bin vor dir. Die Frage ist... Du kennst total. Ah, da. Ja. Hi. Hoi. Wo ist Eingang jetzt? Das ist die Frage. Also hier gibt es rote Punkte, komm mal mit. Ja, ja. Mit einem Raumzug hier auf Mission oder du beamst dich rum. Ich glaube, mein Internet ist leicht am Arsch. Gerade jetzt füttig zur Aufnahme. Na, super. Aber hey, das packen wir jetzt noch, Leute. Zumindest mal zeigen. Das ist das Spannendste, aber es gibt Piraten. Hier nervig sein können oder auch nicht wie man gesehen hat. Hier unten ist nämlich etwas. Ja, das ist gut, dass Eingang. Perfekt. Da rein. Huch. 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 Müssen wir rein. Am besten nirgendwo dagegen datschen. Oh, zu hart zumindest. Ich meine, man kann auch krepieren. Hm? So, in die Base hier irgendwie rein. Oh, fuck, Alter. Danger. Ist bestimmt nicht gefährlich. Ich gucke, ich habe eine Waffe. Kann ich mal ziehen. Autsch. Kann man die nur mal ziehen, die Waffe? Eins. Und zwei. Stimmt, die habe ich auch noch die große. Ich habe nur meine Pistole gezeigt. Ich hatte... Oh, okay. Ist geil. Ähm. Da ist das Machen, Niko. Okay. Ich bin da am Ding. Hier ist der Mischeppe 10, wo man ran muss. Und das Ding neu hochfahren muss. Nö, das ist eigentlich nicht. So. Wie kann ich das jetzt machen? Uuuuuh. So. Ableg online. Das war eigentlich schon. Ich muss nicht fragen. Wow. Das Ding hochfahren. Also hier rein. Die Schreibtbüttchen bitte hier, damit das hochfährt. Und jetzt liegt es nicht da oben, Niko. Jetzt haben wir so ein Solar... Solar. So ein Ding ins... Das Vatilid oben. Ja. Und wenn man jetzt jemanden killt, wird man quasi zum Parade. Und bekommt man eine Strafe aufgedrückt. Das ist quasi von der Security von Crusader. Diese Dinge. Diese Überwachungssysteme. Okay. Wenn man... Wenn die anderen sind und man jemanden killt, bekommt man eine Bestrafung. Allerdings kann man natürlich als Pirat diese Dinge ausschalten und dann jemanden töten, dass man keine Bestrafung bekommt. Ah. Und man schaltet es quasi wieder an. Warte, ich... Warte, ich finde das jetzt im Spiel implementiert ist. Ich würde gerne mal töten, Niko. Nee. Lieber nicht. Ich spieg gerade raus. Also ein Spiel, oder was? No. Sorry. Ey, du blickst ihn hier nochmal raus. So ein Lüft und Schacht musst du entlang. Gibt es nicht... Äh, weil an der Decke oder an der Wand? Äh, Decke. Okay, ich finde schon... Äh, Taschlappen wollen machen. Sieht das schon mal drauf, ist es die Waffen gibt. Sucht mich, Schatten, Schatten. Schatten. Okay. Eher Wand gewesen. Das... Nee, warte mal. Daraus? Oh, wann mach, darf ich was? Daraus? Gut, ich würde sagen, stecken wir mal Raumschiff an. Ich will einfach, kann man nicht auf den Schießen, aber wenn man es nicht mehr funktioniert oder so, oder entdeckt ist, dann muss ich das nehmen. Was ich mitnehmen? Standbild übrigens, ist normal. Das ist jetzt vom Spiel her, nicht Aufnahme. Und es ist gequashed. No. Yay! Leute, pünktlich zu Ende der Folge. Wie bleibt es noch eine Alpha und, äh, normalerweise nicht so buggy. Ihr hört jetzt nicht mehr, ich weiß, liebe da blub. Aber, ähm, nächste Folge machen wir das mal besser, irgendwie, weil das war ja gerade nicht so... ...perfekt. Und, ja, dann danke schön für's Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge von Star Wars und Random Stuff.